Bayonga Wamba, eh! Bayonga Wamba, oh! Bayonga Wamba, eh! Mambuko Cha Cha, oh! Bayonga Wamba, eh! Bayonga Wamba, oh! Bayonga Wamba, eh! Mambuko Cha Cha, oh! Ben and Lou sind Juroren bei Nick Talent, aber das wisst ihr mittlerweile bestimmt. Nun war das Halbfinale und das Finale. Vor der Sendung werden die Bannerools erst noch gepudert. Jetzt machen wir alle Hände aufeinander. Und? Aber dann geht es auch schon los. Und jetzt ab auf die Bühne. Vorbereitet haben sich alle Kandidaten super, wie man hören kann. Aber leider konnten nur drei ins Finale einziehen. Und geschafft haben dies Marie, die von Steffi Tipps bekam. Die Bohrer, die von Bobby und Kat gecoacht wurde. Und Naomi, der Vito noch ein paar Tricks verringt. Beim Üben konnten sich die drei Finalistinnen noch mal ein paar Ratschläge von den Bannerools geben lassen. Und nun kam die härteste aller Aufgaben auf die Bannerools zu. Die Gewinnerin auszuwählen. Es wurde Naomi. Und sie hat noch am selben Tag als Fly Away im Studio eingesungen. Und jetzt war's mal. Miles away. We gotta believe they'll have to find your way. One day. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. We gotta believe they'll have to find your way. Bis zum nächsten Mal.